wir müssten 1800 in die richtung wir gehen jetzt munition auffüllen keine leichte sache ich frage mich ob es eine klitzekleine chance gibt hier noch andenken zu finden dann holen wir uns hier kinder wieder schön dass du die belagerung überlebt hast und dann fahren wir mal in die richtung ja noch will ich selber herausfinden ich melde mich dann schon hier war vorhin noch am ding gehen wir da mal hin ich fahre mal da jetzt mal nein der interessiert uns jetzt nicht meine schreitanz ist wieder da ein bisschen habe ich dich ja vermisst aber nur ein bisschen die geben halt immer recht viel also ein bisschen material war vorratslieferung vorratslieferung ist wirklich zeug drin ich bin dabei war war zu schnell so halt mal ausschauen nach dem flieger termina weiss ich mit dir kann ich mich immer am besten unterhalten ja wir sind so ein bisschen auf einer wellenlänge ich habe schon schlimmeres erlebt so eine gute stimme vor allem kräftig so oh häschen ich glaube da haben wir gerade ein hälschchen Jahrhundert und das ist ein bisschen vier der ich bin So, ich spiel bei der Derby-Arina. Zum Scharfschützen-Nest, da oben. Der war aber sehr leicht. Der Scharfschütze und der hat kein Gewehr, oder was? Das wäre nur ein Einser. So, ich schütze Gina. Alter, wie willst du denn das hier? Alter, wie willst du denn das hier? Ah, so, wenn sie... Oh, lalala! Alter, wie willst du die da? Alter, ich hab doch abgedrückt! Bitte, ich brauche Hilfe! Alter, was magst du denn da unten? Hilfe! Da ist einer von den Wichsern! Boah! So, ich weiß ja nicht, ob du hier hochkommst! Ja, die sind halt einfach, ey, wie will ich denn die da? Ah. Ja, stell dich genau vor mich, genau. Ich glaube, ich gehe da auch mehr runter. Mehr wie noch mehr verkackten können wir es ja nicht. Au. Ey, da war doch gerade einer mit so einem Ding da. Alles, sind hier alles? Ey, die sind ja alle in der 3, wie will ich denn die wegnocken? Ja, lass dich halt jedes Mal. Ja, das war klar. Okay, also so wird das nix. Die machen halt keinen Schaden, die Waffen. Aber ich habe da eine andere Idee. Ach, sie ist mal wieder tot. Muss ich leveln? Ne, müssen wir mal nicht. Ich muss hier weg. Geh runter. Gut verstanden. Dann noch irgendwo. Die bewegen sich halt der Drift nicht, ne? Schießt'n da auf mich? Ah, jetzt! Wir sind ja schon wieder! Oh, zu spät, Mann! Alter, ich hab keine Ahnung, wie ich das anfangen soll! Oh, Alter! Ja, das ist auch nur ein 1er! Ja, da ist sie da! Alles klar! Du bist so gut! Ja, da ist die Leute, die auch nicht hinkriegen, ne? Alter! Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll! Ich muss da rüber rein! Das ist ja das Problem! Hier haben wir ein Auto! Ich kann wohl auch nicht mehr zu weit weg gehen! Die Frage war, was stehen da für Autos? Ja! Ja! Ich kann nicht viel mehr einstecken! Das teile ich ihn über! Ich muss den einen runter schießen und dann, ähm... Oh, Mensch! Ja! Ja, ich treff halt mich! Aua! Aua! Du bist da halt drauf kommst, ne? und er wieso explodiert das blöde ding immer ja oh Aua! Alter, wieso explodieren die immer? Da ist einer von den Wichsern! Au! Aua! Aua! Alter, ich habe doch gradiert gemacht! Könntest du mich mal... Hallo, wie wäre es, wenn du mich vielleicht mal... Am PC kannst du raus snipen, ja, das ist kein Ding, ne? Sooo... Granatwerfer, Flammenwerfer und Sägeblattwerfer. Entweder muss ich mit Granatwerfer holen oder Rocket Launcher. Ich hole mal den da mal. So, Ding ist, dass ich hier jetzt mir aber... Kann ich mir einen Rocket Launcher holen? Nein! War ja klar! So, hier haben wir noch Sägeblattwerfer. Negeblattwerfer, V2. Da war ja klar, dass der wieder arm... Mann ey! Grünstoff ist heutzutage nicht leicht zu bekommen. Genieße jeden Kubikmeter dieses Feuers, denn es war nicht billig. der hier, der wäre... Also... Geht ja hier auch nie. So, dann müssen wir mal aber hier hin. Alter! Sag mir jetzt nicht, dass ich da nicht rauskomme! Und abbrechen! Was geht denn das? Huch! Kann nur ignorieren! Wo kann ich abbrechen? Ach, hier ging es tatsächlich. Ja, das ist ja auch... Das hätte man auch nicht unbedingt... Muss man nicht ins Quest-Ding reinmachen. Das macht man ins Optionsmenü. Das, by the way, fand ich bei Ubisoft Spielen schon immer grottig. Ist nämlich nicht nur hier so, vergesse ich immer wieder. Ich habe es gerade im Ladebildschirm als Tooltip irgendwo gelesen. Ja, die lese ich doch nicht. Da lese ich doch Chat. Infokarten, ja, ja. So, aber gucke aber mal. Ach, ich hoffe... Ach, die ist da hinten rum. Dann gehen wir nun mal genau da hin. So, müssen wir doch wieder klein anfangen. So, fahre ich mal hier hin. Wieso ist hier wieder Loot? Das war ganz schön knapp bei uns in Prosperity, hm? Das war ganz schön knapp bei uns in Prosperity, hm? Äh... Hier ist er. So. Dann stellen wir mal den her. Schauen wir mal da rein. Den können wir nicht. Paketenwerfer liebevoll gepflegt, sonst wäre sie nicht mehr da. Habe ich gerade einen 1er gebaut, äh... 1er gebaut. 700, 500, 700... Nein. So. Hier brauchen wir schon Maschinenpistole. Ach, die ist wieder für da oben. Scheiße. Scheiße. Dafür brauche ich halt schon wieder diese Scheiß-Latin-Scheiß-Dinger da. Pfff... Entschuldigung. Cooltipp. Fahrzeuge haben keine wirkliche... Ränge und somit auch nur eine gewisse Menge an Hitpoints. Ja, ja. So. Was brauchen wir denn? Ach, die Materialien sehe ich noch gar nicht. Na toll. Mission haben wir voll. So. Probieren wir es nochmal. Alles klar. Gehen wir. Jetzt? Wann haben wir. Gib's mal rein. Steigen die. Zurufe. Gehen wir vor. Hier screwed. Gehen wir weiter! rockyiglio Tochter? Jetzt, ja, bleibt! Gehen wir bis hin? Kirschen, du oller Fresser, Kenny. Gegen die hab ich jetzt auch wieder mit. Kenny ist schuld. War knapp. So. Musst ja die Zeit überbrücken, bis der Fisch fertig ist. Was? Wie wär's, wenn du mal hier herkommst? Schlimmer für die... Oh! Oh! Komm hierher! Das funktioniert so nicht. Wie wär's, wenn du einfach hierherkommst? Hab was abbekommen! Ich mag die auch recht gern tatsächlich, Kelly. Ich kann nicht mehr mehr einstecken! Ja, komm doch einfach hierher jetzt! Ich werd hier fertig gemacht! Alter, ich kann nicht mehr mehr einstecken! Alter! Das kann's doch echt nicht sein! Bewegt doch einfach dein Arsch hierher, du scheiß NPC! Ohne Witz! Ich brauche hier Hilfe! Oh Gott! Du musst irgendwas tun! Ja, ich bin jetzt da und sie ist... Ey, fick dich doch! So was? Ne, man kann... Ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Ich steh unter Beschuss! Ey, beweg deinen fetten Arsch da raus und renn! Weißt, das kann's echt nicht sein, ey! Ich glaub, das werden Ubisoft NPCs nie kapieren! Das ist einfach, äh, Fakt! Wobei das tatsächlich nicht nur Ubisoft ist, das sind einige andere Hersteller auch! Oder Programmierer Studios! Das ist stellenweise einfach so bescheuert! Ja, ich bin in der Derby-Arena! Derby ist hier und hat für jeden von euch eine Rakete! Ja, ich muss genau da hin! Beim Neu-Metro-Teil sorgt die KI wohl auch für viel Negativstimmung, weil sie einfach strunztrumm ist! Ich geh da rüber! Hier gefällt's mir nicht mehr! Ja, Alter, was willst du denn jetzt von mir? Außer mich aufregen! Softlocked? Was meinst du? Psst! Guck mal, wie leise ich mich bewegen kann! Ja, schön für dich! Ich kenn dir ganz gern, dass die Dinge startet! Nope! Ich nehm mich jetzt vor! Du mögst ja schon! Lala So, mal gucken, ob das hilft. Das Game, das berühmt ist für bugfrei, ja. Nein, man muss auch dazu sagen, in der heutigen Größe ist es auch ein Unding. Das ist, bis die das Spiel bugfrei bekommen würden, ja, das würde zehn Jahre dauern. Ja, das System registriert nicht. Das ist doch China. Komm, kill den anderen auch mal. Das war gerade ein Absichtsterben, der zählt gerade nicht, ja. Mal gucken, ob er mich jetzt wieder reinwirft. Ah, diese scheiß Soundbugs hier, ne. Was ist das? Wo kommt das schon wieder her? Alter, ich hab da nur drei Stück. Wow. Aber jetzt geht's wieder. Versuch da mal, nachher zu kommen. Wo kam die Lütfers her? Ja, wo sind die anderen? Alter, ich hab keinen Schuss mehr. Nein. Wow. Wer ist da noch da? Ich bin mit China. Ja. Hö arms, da. Ich bin mit dem Scharfschützer was? Ich hatte alles unter Kontrolle, das wäre nicht nötlich gewesen. Also du steckst dahinter oder, Herc? Ach, weißt du, sag besser nichts. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen Aber danke Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so Ich hab's nicht so mit Entschuldigung Bin dir nicht böse Ich wollte nur ein paar Frassen meinen Siegerstempel aufdrücken Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen Jetzt schon ein paar Jahre mit Ich hab meinen Mund gehalten Hab getan was ich sollte Alles was ich wollte war Dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen Und mich in ihrem Scheiß Todesrennen drauf gehen lassen Solange es die Zwillinge gibt Wird mein Kind nicht sicher sein Die Highwaymen werden für alles füßen Was sie mir angetan haben Du bist okay Gib einfach Bescheid wenn du mal Hilfe brauchst Schwere Geburt In der Hilfeauswahl öffnen Trophäe erhalten Bewerbungsschluss Units verdient Bewerbungsblablub irgendwas Abzeichen Bewerbungsschluss abgeschlossen Hier noch irgendwie was Pistolenmoni voll Alles kriegst du hier Nur keine Dafür So Dann haben wir das auch Schwere Geburt Wenn man denn dann mal drauf kommt Dass man ja auch hier sogar doch Abbrechen kann Mission So was hat sie denn? Irgendein geiles Fahrzeug China hat unendlich viel Munition China benutzt Explosive Munition 20 Kills Der braucht nur 20 Für Brand Munition Genau hier war das Nein, der schießt durch Deckung Das brauchen wir noch zweimal Zwei Einrichtungen So das war falsch Hier Da brauchen wir hier jetzt halt Öl Ne Hier dieses Ethanol Dings Pumps da Den haben wir ja schon Auf zwei Sterne Den könnten wir jetzt plündern Für 100 So Ich bin auf dem Weg zu dir Lassen wir den mal da Die kommt mit einer Karre Ne Nachladen Die waren noch da Toll Dann kommt sie natürlich Nicht mit einer Knalle Da sind wir Basis Was haben wir denn Hier Für 300 125 Und 125 Expeditionen Und Heilkräutergärten Weißt du was Port Mount Schnellrunda Schnellreise Schnellrunda Schnellrunda Was haben wir gesagt? Expedition und Heilkräutergärten. Hoffentlich macht New Eden nicht alles noch schlimmer, indem sie die Vergangenheit auslöschen. Wo bin ich gerade? Im Verkehrten. Na super. So kann man auch einen doppelten Ladebildschirm haben. Aber es wird aktuell scheinbar Mode. Zu Ende raus zu zögern und zu sagen, du musst erst mal das leveln und das leveln. Nein, nein, nicht krepiert. Ich bin gerade zurückgeportet. Ich habe ein paar einfache Fahrzeuge da, falls du sie brauchst. So, hier Healing Garden. Genau, den können wir verbessern. Mittlerweile haben wir sie. Servus, China. Da ist sie. Mit Irren kann man nicht reden. Deshalb müssen wir bei den Highwaymen Taten sprechen lassen. So, und Expeditionen noch. Ich auch. Genau, und dann können wir nämlich Story weiter machen. Jawoll. Jawoll. Wenn ich jetzt noch mal eine volle Stufe brauche. Wir brauchen noch eine volle. Achso, jetzt muss ich hier noch mal separat. Sprich mit Kim.